Hallo, mein Name ist Benjamin, ich bin Universallogführer bei der ÖBB im Bundesland Kärnten. Zusammenhalt wird in unserer Berufsgruppe im Triebfahrzeugfahrtdienst vor allem sehr groß geschrieben, um gemeinsam außergewöhnliche Ereignisse zu meistern und zu überwinden. Weihnachten 2021 werde ich auf einem unserer Führerstände verbringen, um einem meiner Kollegen oder Kolleginnen das besinnliche Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten zu ermöglichen. Für mich persönlich am schönsten in meinem Beruf ist es, wenn man dann einen Betriebsstall anfährt und bekannte Gesichter am Bahnsteig schon erblicken kann und diese auch schon von einem weiten Zuwinken und erfreit haben, wenn sie mit mir unterwegs sein dürfen. Unser wichtigster Beitrag ist sicher im Güterverkehr, dass wir die Geschenke rechtzeitig an ihr Ziel bringen und dadurch den Weihnachtsmann und dem Christkind tatkräftig unter die Arme greifen und vor allem während der Weihnachtsfeiertagen unsere Bahnbenützenden rechtzeitig zu ihren Liebsten kommen lassen. Nutzen wir gemeinsam die besinnlichste Jahreszeit, um uns gegenseitig Danke zu sagen, denn wir sind wirklich ein tolles Team. Und wir sind wirklich ein tolles Team. Und wir sind wirklich ein tolles Team. Und wir sind wirklich ein tolles Team.